BMA ist der führende Hersteller für Großanlagen und Equipment in der Zuckerindustrie. Die Herausforderungen in der Branche sind, dass Zuckerraffinerien oder Fabriken bis zu sechs Monate oder mehr am Stück durchlaufen. Das erfordert eben sehr robuste Technik. Wir sind ein Hersteller für Spezialmaschinenbau und wir müssen immer endkundenspezifische Lösungen anbieten. Die BMA Automation GMA betreue ich seit zehn Jahren im Bereich der Automatisierung und Antriebstechnik. Das Besondere in diesem Projekt war zum Beispiel die gemeinsame Entwicklung des neuen Sandstatters 3RW5. Der neue Sandstatter kommt bei der BMA Automation in einer kontinuierlichen Zuckerzentrifuge zum Einsatz. Die ersten Prototypen dieser Gerätereihe wurden in einem Projekt gemeinsam mit der BMA getestet und die Leistungsfähigkeit der Geräte wurden gemeinsam als Kundennutzen festgestellt. Die Herausforderung für eine neue Entwicklung zu machen ist, eine bessere Lösung preislich und technisch an unsere Kunden zu bieten. Für BMA ist es sehr wichtig, immer die neue Technologie, die auf dem Markt sind, zu benutzen. Das ist, was unsere Kunden erwarten von uns. Die Herausforderung bei dieser Applikation ist, dass wir hier eine sehr lange Anlaufzeit haben, von 40 Sekunden, bei einem leeren Trommel, bei tausend auch unter Umdrehungen. Wir haben unsere Schiene für einen Sandstatter gegenüber der Dreieck oder Quenzenrichter, weil wir dann bessere Anlaufmöglichkeiten haben, schönerer Anlauf und keine mechanische Belastung haben wir von unserer Galerie auf der Zentrum Vogel. Die Sandstatter ist die beste Wirtschaftlich-Effizient-Losung, die im Moment existiert. Die Wahl auf den 3 RW55 von Siemens fiel dadurch, dass wir vorher schon den RW44 eingesetzt haben, damit sehr zufrieden waren und diesen weltweit eingesetzt haben. Das Spannende an der Applikation ist auf jeden Fall die Autoparametrierung und dass die Parametrierung von A bis Z im Tierportal durchgeführt werden kann. Der 3 RW55 hat das Vorteil, dass wir eine bessere Kommunikation haben wie Profibus, Profinet und Modbus. Das Weitere hat eine sehr kompakte Bauform durch die Brütschalltechnik und die Leistung von den 3 RW55 hat sich deutlich verbessert gegenüber den ehemaligen. Der Vorteil ist, dass wir jetzt auch nur bei diesem Sandstatter die Möglichkeit haben, um eine STO-Abschaltung, eine sichere Abschaltung zu machen. Abhängig vom Spannungsniveau, in welchem Land das wir sitzen, brauchen wir keine zusätzlichen Geräte mehr einzubauen. Die Zusammenarbeit mit Siemens haben wir als sehr positiv empfunden. Wir wurden in den Prozess von A bis Z eingebunden. BMA steht für hohe Qualität und das ist auch ein Grund, warum wir auf Siemens als Partner setzen.